Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Woher ist denn das? Was du glaubst, ist schlimm. Aber dass du auch noch feige bist. Mein Vater hat zu mir gesagt, du kannst alles wehren, Ganova kannst du wehren. Nur eins nicht, denn es ist schlimmer als Ganova. Nazi! Und du bist einer! Zinewski, seit wann befasst sich die Gestapo mit Kriminellen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das schwöre ich. Wir haben den Mann, nämlich Zinewski. Wenn Sie ihn fangen, hat er meine Jacke an! Ich glaube, der nach Hause war Dalli! So eines Frächtchen. Alles nur, weil er Angst hat, seinem Vater zu gestehen, dass er die Jacke verhölkert hat. Wir können gehen, Herr Zinewski. Herr Hitler! Auf geht's! Amigo! Amigo! Aber dass du mir hilfst, wollte ich nicht. Du bist sehr jung. Dich brauchen wir noch. Später. Das ist es. Wir möchten nicht. Wir möchten nicht im Leben bleiben, die Sonne und den Mond besehn, mit Winden sich umherzutreiben und an Wassern stillzustehn. Aber das ist es nicht. Mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020